Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Sniper Ghost Warrior 3. Ich bin der Fang Gamer und hier sehen wir Boss. Ausschalten. Mal wieder. Jost Arends. Und genau das werden wir machen. Warte, jetzt noch meine Drohne stehen lassen. Um zu schauen was hier abgeht. Boah, das sind viele. Probieren wir meinen Nachtsichtmodus aus. Yes. So, da drinnen ist der Haberer. Dort stehen viel zu viele Leute. Ich werde mal probieren mich irgendwo nach oben zu handeln, anzuschleichen. Das ganze vielleicht ein bisschen zu umgehen. So, da drinnen. Wir werden angegriffen. Meldet, was ihr gefunden habt. Kamerad geforscht. Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Verstehten. Seht ihr mich da? Oh oh. Der ist oberhalb. Gott sei Dank, der ist oberhalb. Glaubt ihr, er ist noch da draußen? Oh scheiße. Es ist einer von uns. Wo war der Ablass? Mh. Oha. Jetzt läuft man ein bisschen. so den hat man mal gemacht jetzt möchte man eigentlich zum nächsten boss jetzt auf der richtigen karte genau dieser dure dure kids bar nicht aus der karte raus leute 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 da gibt es eine kleinere straße die man nehmen kann da kann man die umrunden was mache ich nicht ins wasser setzen ja jetzt geht es dem zweiten boss hoffentlich an den kragen ja 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 Oh, willst du nicht aussteigen? Ah, geht doch. So ist denn der Boss überhaupt da auf der Karte? Könnte man eigentlich fast den Spuren entlang gehen, ich fahre noch ein Stückchen mein Auto hin. Ich bin eine volle Sniper-Sau, weil dann ist das Auto auch wieder näher. Lass halt aber schon eine Drohne fliegen, falls hier irgendwie schon Widerstand ist. Oh ja, hier ist Widerstand. Oh, genau. Okay. 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 Ja, so wird man den nicht unterwischen. Oh, so auch nicht. Da muss ich mich auf den roten Punkt verlassen. Ja. 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 das muss jetzt schnell gehen für den zweiten machte auch gute nacht keiner hat was gemerkt so arbeiten sniper ein ghost sniper oh da ist noch eine den habe ich nicht markiert gehabt was wird das jetzt für eine einstellung du wärst stolz du wirst endlich stolz oder ist er Ich kann dir schwören, ich hab was gesehen. Was ist hier los? Wer ist da? So. Fuck, das ist so ein fetter, Alter. Alter, vorder. Den kann man nicht mit dem Messer ausschalten. Ja, war nice gemeint, aber leider. Hm. Warte, wo sind die Boss jetzt? Gut, da ist er. Versteckt hat er sich. Versteckt hat sich die Fäge. So, so schaut's aus. So, machen wir das Sägewerk nochmal. Nice, da sind noch alle markiert vom letzten Mal. Ja. Irgendwo habe ich hellere gesehen gehabt. Ja. 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 So, einer weniger. Ja. 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 So geht das. Den habe ich nicht so schön weggerotzt. Macht aber nichts. Ich habe nicht so schön weggebracht, aber ich habe nicht so schön weggebracht. Da geht er nur hin und her. Du siehst mich nicht, aber ich bin hier. Ich sehe dich. Gut, ich würde sagen, das war's für die Ausgabe. Den Boss zeige ich euch nächstes Mal. Weil ich's kann, weil ich der Fang Gamer bin, ich würde mal sagen, macht das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Ciao. 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 Ciao.